So, da sind wir auch schon wieder. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ich gehe jetzt mal hier Richtung Norden zu Herrn Hochmut oder Frau Hochmut, ich weiß es nicht. Wir gucken einmal, ich gehe erst nach links. Okay, auch dort oben ist ein großes Wegsymbol und hier blitzt es ein wenig. Bin dann mal gespannt, dass wir diesmal hier... Oh, der Nordhimmel. Niktrasil. Niktrasil, der Nordhimmel. Was ist das? Okay. Ah, ich mache hier Sternbilder an, kann das sein? Oder irgendwie sowas. Ach, ich muss das... Ach, guck mal, ich muss das links nachformen. Ah, habe ich das verstanden. Ah, bin ich gut. Okay, ähm... Ist es dann den hier? Also, unter den muss ich wieder ausschalten, ne? Halt, nee. Nee, 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 nee. Ach nee, so werden die sich nicht verbinden, vermute ich mal, oder? Nein, das tun sie nicht. Okay, dann machen wir das mal so. Das finde ich ja jetzt cool. Und diesen hier. Äh, eins, zwei, drei, genau. Und dann den hier und dann eigentlich den oben links, oder nicht? Ja! Oh, das klingt ja nett. Und jetzt kann ich hier weitergehen. Schön. Gefällt mir. Klasse. Ja, was ist das hier? Ach, da sind auch Sternbilder drauf eingezeichnet. Die werde ich wohl... vermutlich alle geformt haben müssen. Wir gucken hier links weiter. Ah, dort ist das nächste. Ach, schön, ich mag das. Nicht immer nur kämpfen und draufhauen. Einfach mal auch was Schönes anderes. So, wie sieht es denn hier aus? Oh Gott, hier haben wir jede Menge zur Auswahl. Das heißt... Ich fange hier oben an. Und arbeite mich dann unten durch. Dann ist der hier, genau. Dann würde ich den hier nehmen. Oh, ich habe da Blitzschaden gekriegt. Dann mache ich den hier. Genau, dann müsste ich ganz runtergehen. Den hier. Dann den da. Dann den links hier. Dann noch den daneben. Den hier. Den da. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht selber drin stehe. Dann den hier und den da drunter. Ich glaube, das sollte fassen. Oh, der Hirsch. Schön. Ach, herrlich. Wenn ich da an unsere dicke Blumenfrau denke und so... Oh, die Blitze sind bestimmt nicht gesund. Wir gehen hier erstmal... Warte, ich kann ja auch mal auf die Karte gucken. Äh, ja... Ich gehe noch um rechts. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Falls euch wundert, dieser Pfeil hier. Das ist übrigens meine Maus. Die benutze ich natürlich gerade nicht. Die zeigt uns leider nicht an, wo ich bin. Okay, was haben wir hier? Es sieht mir aus wie ein... Oh Gott, was könnte das sein? Äh... Ich habe keine Ahnung. Auch ein Hirsch? Nee, wohl eher nicht. Gut, ich fange mal auch hier unten an. Dann der hier. Das ist jetzt der da oder der hier? Ich glaube, der hier, ne? Und dann dieser hier wahrscheinlich. Oh, da kommen Blitze bis hier rüber. Das ist natürlich nicht so nett. Dann versuche ich den hier. Äh, der hier. Der da drüber. Der hier und der da drüber, oder? Ich glaube, das dürfte richtig sein. Oh, doch. Der den Stern Vega trägt, okay. So, was haben wir jetzt hier? Ich sehe es noch nicht. Ach, nur so darf ich es sehen. Das macht die Sache interessant. Und... Oben rechts zwei kleine. Die zwei vielleicht. Dann der. Der und der oder so. Wir versuchen das. Oh. Ah, gut. So. Das könnte sein, oder? Ja! Boote des Eschenbaums. Der Haarwicht, okay. Pfeffdrüffeln hier. Okay, ich kann das nicht aussprechen. Es tut mir sehr leid. Ah. Ah. Ich kann das nicht aussprechen. Das ist der Tor. Geht durch den Wind und schreit. So, genau, durch das Gewitter muss ich jetzt laufen, um zum Apfel zu kommen Aber das schaffe ich doch gar nicht, oder? Da krieg ich doch direkt Blitzdingsys, genau Okay, also so ein Blitz macht gleich Blitzdingsy Nicht nur bei ihr, sondern auch bei meinen Augen Nein, 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 das wollte ich gar nicht Oh mein Gott Falsche Fähigkeit benutzt und so Aber schön, wir haben einen Apfel dazu gekriegt, wir können jetzt mehr Leben haben Aber Das haben wir natürlich nicht Geht's hier unten weiter? Nein Also jetzt kann ich nur noch rechts rum, glaube ich So Genau, den Hirsch hätten wir, den auch Und jetzt müssen wir hier woanders noch welche fertig machen Ich weiß noch nicht wo Äh Ging das hinterm Apfel weiter? Nein Es muss hier irgendwo weitergehen Ganz kurz gucken Links ist auch ein Brunnen eingezeichnet Okay, es muss also irgendwo hier weitergehen Schau mal Die Karte ist also Halt, nee, dann komme ich wieder raus Hm Geht das denn hier weiter? Nein Ging das beim Apfel weiter? Habe ich da was übersehen? Vermutlich ja Okay, das ist jetzt echt komisch So, also das ist der Mittelpunkt Genau, da sind wir jetzt gerade Und dann Müsste unter uns eigentlich jetzt eine Insel sein Also so eine Wolke Aber die ist nicht da Hm Komm ich da oben vorbei? Ich glaube nicht Ah, ich kann's ausschalten Das ist doch schön Ich mach's aber mal wieder an Oh, da muss ich jetzt die Zeichen einfach so formen So wie die da hinten auf den Steinen zu sehen waren Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal Hat auch nicht geschadet Nee, hier geht's Irgendwo weiter Hm Halt, so Genau, das wollte ich machen Jawohl Die Taste ist mir ein bisschen abgegangen gerade Es kann natürlich sein, dass die jetzt von mir verlangen Dass ich diese Zeichen, die dort unten auf den Steinen zu sehen sind Ah ne, ich geh einfach hier lang Ich glaub hier ist richtig Zu Ende spekuliert Gib mir Macht, mein Freund Dankeschön Guter Mimi hier, mein Stalkerfreund So, okay, hier kommt gleich Oh, ach, ich drück aber die falsche Tasse Verflucht noch eins Ja, hör auf da rein zu rollen So Ich brauch ein Sternbild Oh, die Wolken sehen viel aus Oh Ganz schön bös, finde ich die Wolken Äh, okay Wir fangen oben links an Und zwar hier Dann hier Dann geht's hier runter Und dann Oh Ich glaube der hier und dann der daneben Oder Ich glaube ja Blitze, 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 blitze Oh Gott Äh, ja Dann der hier Oh Ist ja gut jetzt Der hier und der hier Okay, jetzt gewinnt das Ganze hier doch ein bisschen Brisanz Der hier Äh, ja Der rechts daneben Dann der hier Der da ist runter Links hier rüber Ah, blitze, blitze, blitze Genau, der da, wo der Blitz gerade eingeschlagen ist Upsala Äh, ja, jetzt hab ich ein Problem Einmal kurz ausschalten, bitte Dankeschön Oh Da war ein großer Blitz Äh, dieser hier Der hier unten Und dieser hier, ne Jawohl Noch ein Hirsch Ah, jetzt komm ich ja nicht vorbei So, wir machen das kurz aus Weil da unten geht's weiter Wir machen das wieder an Und dann schauen wir, dass wir hier schnell wegkommen Weil ich hab hier ganz schön Schaden Wart gekriegt Uiuiuiui Nein, ich schon wieder blitze Uuuuh Es wird immer schlimmer Okay Okay, 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 okay Äh, ja, 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 ja Äh, wo fang ich an? Oh Gott, ist das wirr Ach du Schande Wie viele Sterne sind das denn? Ach du Schande Oh, wie viele Blitz-Dix-Dix hier gibt Okay, äh, wir fangen ganz oben an Dann den da drunter Dann den hier links Dann dieser hier Äh, der hier Dann dieser hier Der, uah, rechts daneben Dann machen wir, uah, den Rücken Das müsste ja dann dieser hier sein Bin ich jetzt richtig? Ich glaube ja Dann kommt der hier Dann rücken den Pöter Na, komm Muss ich den eigentlich nochmal ausschalten So Dann den hier Den hier Den hier Äh, ist das jetzt der hier? Ich glaube ja Dann der Okay, und dann kommt das Knie schon Und Die unteren zwei, genau Den muss ich gleich nochmal ausmachen, oder? Dann komm ich da schnell rum, schauen wir mal Ach, ich treffe beide Ah, nein So, aber jetzt Okay, das ist das eine Bein Jetzt, uah Das hier noch Uah, nein Nein Ich muss das jetzt alles nochmal machen Okay Was? Da war doch gar kein Ach ne, ah, er hat das gespeichert Das ist gut Das ist gut Den hat er gesaved Achso, ach, jetzt geht er hier links So, dann kann ich wieder anmachen Boah, wie der einschlägt So, leck, kommio Okay, den muss ich aber nochmal komplett machen Wow, bei den letzten zwei Wahnsinn Aber der ist echt anstrengend Da muss ich echt aufpassen Okay, der 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 Ne, kann ich mal Der hier Den ausschalten Der ist der gute Boah, da ist der Blitz Ah, da rächt ich in den rein Dieser hier Und dieser Der dort Oh, Blitze, Blitze, Blitze Okay, den lassen wir kurz aus Dann machen wir nämlich erst den hier Einmal den wieder Dann geht's hier runter Halt, ne, gar nicht wahr Den brauchen wir zwar jetzt dann auch gleich Aber dann machen wir so Genau, jetzt brauchen wir den Blitze Oh Ah, nein Aufhören Na, komm, wir können uns mal So, genau Wieso, wieso verbinden sich die hier nicht? Das müsste doch eigentlich verbunden sein Wieso ist es das nicht? Hab ich das falsch gemacht? Das hat sich doch vorher auch schon verbunden, oder nicht? Muss das hier erst? Dann ist es der hier Ja, klar ist es der hier So, machen wir es so rum Okay, jetzt nur noch das eine Ding hinten So, die letzten zwei Bitte lass es richtig sein Jawohl Oh Gott, oh Gott Ah, jetzt krieg ich Geboren aus drei Sternen Das glaub ich nicht Ich hab mindestens mehr als drei Angemacht Okay Wir haben sich alle Nein, ich hab das gehört Aber es lässt sich. Du hast einen Ruhn in Nordrhein-Hopal. Halt diese Hüchen nach dem Weg, oder nach dem Weg oder in die Ginnungagap. Evet, wir gehen direkt zurück nach dem Weg. genug gab, denn ich denke, hier sollten wir alles mitgenommen haben. Und ich bin auch gespannt, was es denn auf der anderen Seite noch zu sehen gibt. Und was mich ein bisschen misstrauisch macht, guck mal hier, die Blumendame, ne? Die leuchtet so grün, weil wir die schon besiegt haben, glaube ich. Die anderen sind alle noch ausgeblasst, die leuchten nicht. Ich glaube nämlich, dass jetzt in jedem Gebiet noch ein Boss auf uns wartet. Uiuiuiuiui, das heißt, das wird hier noch richtig Stress für mich. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen ins neue Gebiet, bedanke mich fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschö.